neuen kriegen wir aber immer noch nicht ich frag mich langsam wie das mit den einnahmen darum funktionieren soll und damit herzlich willkommen zurück zu tja also meine meinung nach ist es überhaupt nicht weiter also wir haben hier tja so richtig ein keine möglichkeit also er platziert das damit könnte ich natürlich schicke sachen machen ja alles gut jetzt ist ja auch alles nett keine frage also das das ist alles cool wir könnten das machen das gefällt mir alles keine frage keine frage das würde ich auch gerne in der region machen ich brauche jetzt quasi policies wie soll ich hier enact gut approval da steht dann hier work in progress so policies okay und act aber wie ja 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 Okay, es ist halt noch einfach nicht alles hinterlegt. Sehe ich. Mein größtes Problem ist jetzt einfach, dass ich hier irgendwie Text-Policy, so. Ja, aber wie komme ich denn jetzt auf die Text-Policy? Also Development kannst du schon mal knicken, so. Policy hier. Hm. Ja, also ich kann die Leute nur dazu bringen. Also das muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, an Treasure heranzukommen. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht machen kann. So, Small Town. Nächster Halt, Leverkusen-Mitte. Planmäßige Ankunftszeit, 16.03 Uhr, heute 17.04 Uhr. Mmh-hmm. 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 Mmh. 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 Leverkusen bitte, auf Stieblings. Ja, okay. 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 Hmm. Ja, das ist ein Nien über Geld. Treasury into tax. Ich habe keine Ahnung, wie ich... Also immer noch keine Ahnung, wie man an Steuern rankommt. So, da sind nur die noch ohne bekannt. Das ist ja keine... Tja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Ja. Da geht's schon hin. Ja, also ich werde mal hier die Geschwindigkeit hochschalten. so dann können wir da mal loslegen also muss ich das quasi durch es gibt gar keine möglichkeit für mich das irgendwie zu ich weiß nicht wie in Texas reinkommen soll irgendeine Chance muss es ja geben aber das ist ja auch schon die höchste stufe ich wüsste halt auch nicht ach ja ich will gucken Tja, na gut, bei all dem geguckt, hin und her sind wir jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Gucken wir mal vielleicht, dass wir hier mehr Hühner haben, sobald sich das lohnt. Aber wir haben wahrscheinlich eher ein Problem mit Yield, wenn der im Bereich, wenn wir hier so viel Mietimporten, dann sind wir am Ende des Videos angelangt, dann würde ich sagen, danke, dass ihr ein bisschen zugesehen habt, wie ich versucht habe, hier mit kleineren Verbesserungen tatsächlich voranzukommen, in der Hoffnung, dass ich doch nochmal irgendwie Steuern kriege, ich weiß noch nicht wie. Und dann sehen wir uns im Spiel auf der Endkarte, im Zug zwischen Dortmund und Köln, vielleicht auch auf neuer Route. Ihr vermutet, ich würde über die Links in der Beschreibung über neoliberale und rechtsradikale Machenschaften, um diesem nicht auf den Leim zu gehen, sondern aktiv entgegentreten zu können. Dann danke schön für jede Spende, für mein neues Mikro, meinen neuen Speicher und meine neue Kamera. Und jetzt viel Spaß, wir errichten eure eigene mittelalterliche Nidölle in Männerlords, wünscht euch euer Aha!